Ich finde es schwer eine Puppe zu dissen, eine Puppe zu ficken, aber ich muss es tun, es geht um Ehre und Stolz, das ist eine Sache zwischen uns zwei. Komm du kleine Puppe, geh in die Türkei oder in die Mongolei, du Dschungelmensch, es geht los, der Diss beginnt und du schwimmst weit weg von mir, ich hab Hoden wie ein Stier, du trinkst jeden Tag Bier, das sieht man dir auch an wie den Schwanz im Gesicht, stinkst wie ein Mist, aber egal jetzt, ich habe etwas für dich. Ein anderer Bild? Okay. Dieser Part ist ein Untergang wie im Zweiten Weltkrieg für hundert Mann, danach geb ich dir eine Faust und du wachst auf im Lorenzböhler Unfallskrankenhaus, dann wachst du auf mit blutige Händen, Blut an den Wänden, dir geht es gut, daher dem Umständen gut, ich zieh nicht den Hut, nein du Schwein es, gibt noch ein der dir was sagen will, es ist Mohammed Mill. Wenn ich sehr, wenn ich sehr, ich denke, schwein ich mich einfach, aber wirklich, ist es einfach, nur die Körpersin, alles in die Körpersin, alles in die Körpersin ist, der schwein ist. Das ist es ein Untergang wie im Zweiten Weltkrieg für die Körpersin. Untertitelung des ZDF, 2020